Musik Länder schlugen Schlachten und wurden zerstört. Könige regierten und gingen unter. Und einst mächtige Königreiche verkamen zu endloser Wildnis. Nur wenige wagen sich in die Weiten dieser Wildnis. Händler, Kundschafter, Ritter und Eroberer. Dieses Land benötigt Anführer. Dieses Land benötigt Helden. Dieses Land benötigt sowohl den Weisen als auch den Staaten. Dies ist die Welt der Siedler. Aufstieg eines Königreichs. In diesem Land werdet ihr euer Königreich gründen. Hier werden eure Siedler Städte, Dörfer und Kapitole errichten. Und ihre Heimat mit Leben füllen, indem sie arbeiten und Feste feiern. Ihr müsst eure Länder vor Feinden schützen. Ihr gebt die Führung vor. Und die Siedler verlassen sich auf euren Rat. Auf eure Weisheit. Und auf euren Schutz. In diesem Land der gefährlichen Gegner werdet ihr sowohl eure Fähigkeiten zum Aufbau eines Königreichs benötigen, als auch die Kraft, es zu beschützen. Willkommen zu Die Siedler. Aufstieg eines Königreichs. Die Siedler. Aufstieg eines Königreichs.